...Schobesberger, also ganz abgesehen davon, dass sich dieser Treffer sowieso nicht abgezeichnet hat, aber das müssen wir uns auch mal anschauen. Wieder einmal schwabend, einen sensationellen Pass in die Tiefe und der Schobesberger stolpert und irgendwie bringt er den Ball noch am Torwart vorbei. Also, Snapstick pur, nein, nein, also das ist irre und da kullert der Ball mit 10 km.